wo okay unsажet jetzt geht der show zeige aus verbreitet die botschaft ich werde jetzt streamn Okay, ich hab'n Mega-Pack, Valdi, und ich hab' das SBC. Sag... Valdi, bist du im Stream? Ich bin im Stream, ja. Okay. Oh mein Gott, Jungs, ich bin jetzt auf Absenden. Bei der Kommunikation mit dem EA ist ja was der Problem aufgetreten. Ah, ich lebe mich gerade. Süß. Ähm, ich probier's nochmal. Okay, es geht los, Jungs. Ah, ich hab' Angst. Okay. Jungs, es geht los. Jungs, es geht los, ich hab' Angst. Okay, ich drück' auf 3. Ja, ich mach'n Note-Pack. Nein, kein Note-Pack. Nein. Mach' ich jetzt, sorry. Nein, kein Note-Pack. Ich will dich umbringen. Ich... 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 3.8 Mikrofon. Aaaaaaah. Aaaaaaah. Jaaaaaah. Aaaaaaah. Genau! Mann! Genau, in dem Moment meinst du Evi Wetter? Ich muss hier einfach verlassen. Jungs... Ich hab grad... Ja Evi, dann haben wir heute beide keinen guten Tag gehabt. Ja... Nur das ich irgendwie... Ja... Ich hab halt 20 Kader so verloren überall. Ja Jungs, ne ich mach das jetzt alles wieder Wetter. Ich biete mich jetzt Spieler auf dem Transfermarkt viel mehr an. Nämlich Bronzespieler, die dann locker... Jungs, noch 3... Hahaha, die sind untrainable! Hä, da steht doch einfach ein Special! Da steht doch ein Special dran! Ja, das ist doch kein Special, wenn ich Pickford bekomme! Ah, Dickford... Duh... Duh! Travis-Cott-Picker! 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 Aber ich kenne schon Travis-Cott-Picker! Nein... bis kevins Wiener kommen Kervin? Ja, Kervin Ja, Travis Scott Ich musste das von irgendjemandem, ich glaube, ich wusste nur von dem Jungs, ich leider Jungs, ich leider Ich bin schon mal ruhig leid für dich, aber Manchmal ist das Leben einfach hart Dann Ey, du hast Gunei Oh, Gunei ist natürlich krass Ich bin, wenn du jetzt schnell verkaufst Wenn ich jetzt was mache? Gunei verkauf Ich bin nicht weit Okay, du musst hart bleiben Hart wie Kruppstahl Hahaha, Dari ist Nazi Und dann Ähm, dann geht das alles Kruppstahl Kruppstahl Ah, Dari weiß nicht, äh, Waldi weiß nicht, was Kruppstahl ist Ich hab's auf jeden Fall schon mal gehört Ja, ist schön Oh, Waldi, Alter Weil die, du weißt Natürlich hab ich genau die Spieler, die noch billig bleiben Lachen Ja, danke dir, Maria Kruppstahl Scheißspiel Ja, aber Dari Kleinfinger ist mächtiger als die Fotzen Habt ihr das auch im Unterricht gehabt? Ne, leider nicht Ich weiß gar nicht, warum wir das nicht geguckt haben Bei uns hat halt Alex gerade gesprungen Ach so Was habt ihr geguckt? Wo drin? Habt ihr was geguckt? Ja, ich war nicht da Ah Habt ihr das heute geguckt? Ja Efe war doch da Ach, Lirgelfinger Hä? Warum sagt ihr denn Kleinfinger dazu? Seid ihr komplett blinde? Hast du die Serie überhaupt geguckt, du Neger? Nein, hab ich Ja, du bist auch viel zu ungebildet für so oder was? Ja Nur echt? Ja, natürlich, nur eigentlich nicht Geh immer für uns komplett Du hast eine Pension-Span von 2 Sekunden eigentlich bis aus dem ADAS geht, Nikolai Natürlich Ja Natürlich Natürlich Ja Natürlich Natürlich Ach, Jungs, ich hab keine Lust mehr Ich hab keine Lust mehr Ich hab keine Konzentration zu unterrichten Ey, ich war auch mal beim Konzentrationsunterricht Ich war nie beim Konzentrationsunterricht Ja, du merkst das Ich witzig Guck, der Konzentrationsunterricht hat mir geholfen Du gehörst, er ist jetzt im Konzentrationsunterricht nachgesucht Ha, Locker Epi muss zum Konzentrationslagerunterricht Alter Locker Epi muss zum Konzentrationslagerunterricht Hnhh Hmm, ha, Konzentrationsunterricht Konzentrationslagerunterricht Guck, ich witzig, traurig Boah, geile Flanken Ja, muss ich komplett durch ja Ja. Ach, Embo. Das ist fast schon... Mohammed Bamba! Vor allem dieser Typ, der den Mo Bamba-Song gemacht hat. Er ist ja wirklich mit Mohammed Bamba gefreundet. Deswegen hat er so das Lied gemacht, um es sein Lied zu richten. Okay. Ich weiß ja nicht, wer Mo Bamba ist. Er hat ein Mast im Beispiel. Mehr weiß ich auch nicht. Mehr muss man nicht wissen. Ich mache jetzt gleich ein Opening von einem Special-Plus-Fest. Okay? Dann ziehe ich eure Mohammed Bamba. Das war's. Okay, Jungs, Special-Plus-Back. Hilfe. Dann hörst du wieder komplett. Ja, okay. Das war's. Da sind... Et was das denn? S齊 ... ... ...